In Bremen unterwegs mit Froschi und Hello Kitty und Alexi. Geht es dir wieder ein bisschen besser? Ja, mir geht es wieder ein bisschen besser. Alles gut. Wir sind nur warm jetzt vom Laufen. Hitzewallungen. Hallo Paula, sag mal Hallo in die Kamera. Das ist die Paula. Kuckuck. Paula im Knast. Ja, im Autoknast. Alles gut? Ja, alles gut. Schön. Ich muss noch mal eben was holen und bleibe wieder da. Alles gut, guck mal hier rein. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Ist doch cool. Guten Tag. Nein. Hi, Karina. Hi. Oh Gott. Ich bin die Andrea. Hi. 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 Wir sind heute hier zum Camp. Ich glaub das schon. Ich muss das mal einbauen. Jetzt bin ich gerade. Du hast mir nichts gesagt Hund. Geht. Und das erste Geschenk für deinen Hot Splits ist schon da. Nein. Es gibt nämlich Little Talks on Tour einen eigenen Mangalüge. Oh, das sieht so aus. Oh, das sieht aus wie mein Ding hier. Der ist ja danach gezeichnet. Das ist die Melanie, die das einmal angemalt hat. Wie cool. Das ist deine Farbe und es gibt gleich noch mehr. Ich hab das auch gerade. Wir hoffen, Franz Blitz ist auch im Auto. Der ist im Auto. Ja, wenn nicht älter. Der ist jetzt schon ein bisschen. So, gerade nicht. Der wurde jetzt schon ein bisschen trinkiert. So, hallo, wo sind wir denn heute? Hallo, wir sind in Bremen. Und wer ist alles hier? Alex. Carina. Und die Andrea. Oh, verstehe ich meine Stimme so dämlich? So, ab geht's. Pimp my Fotzblitz. Richtig. Richtig, Karinchen. Ach, da bin ich. Weiß. Und Alex. Genau. Und Paula. Ja, hallo. So, dann hab ich Getränkehalter zum Einklappen. Richtig geil. Die kann man auch einfach an die Dinger hier machen. Ja. Warte. Erstmal die Technik verstehen. Ah, da. Husch. So. Geil, oder? Kommt hier dran. Oder so dran. Oder so dran. Oder hier dran. Ich glaub, Frauen haben das nicht so ganz durchdacht, ne? Ne, hier dran kommt's, genau. Hier an den Rand. Dann brauchst du mal einen Schraubendreher. Ein Schraubendreher. Ja. Ein Kreuzschlitz. Also für beide Seiten, ne? Wenn du mal die Bierdosen... Okay. Dann kann ich, weil ich ja die Disco bin, kann ich tanzen. Ja. Ja. Das ist so cool. Machst du Discofox? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Popsopster. 1, 2, 3. Mops und Fops beim Tanzen. 1, 2, 3. Alex Pops. Oder? Tschüss. 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 Tschüss.